Ich stell dir mal den absoluten Horror vor und dann ist das einfach nochmal drei Horrorstufen höher. Und das ergibt dann ungefähr einen platten Zieh. Servus Leute, nachdem der Simon uns letztes Jahr ja schon den historisch ersten und zweiten Zehner im Altmühltal gezeigt hat, den Kanal im Rücken und das Total Recall ist heute Nr. 3 dran auf der gegenüberliegenden Talseite, das Zombie-Direkt. Viel Spaß beim Video. Heute stell ich euch mal eine Tour an einer ganz anderen Wand vor, wo wir noch nicht waren, und zwar an der Quaderwand. Das ist auch südseitig eigentlich einer der geheimsten und besten Winterspots. Wenn es mal richtig kränkt hat, alle Felsen im Altmühltal nass sind und du suchst was zum glättern. Da ist eigentlich der Zombie-Pfeiler immer so der erste, der trocken ist. Ich weiß es noch, da ist doch der Jerry Moffat da gewesen, hat das Fels geklettert und dann sind doch die alle nähernden Trainingskeller verschwunden, die deutschen Kletterer haben wir über den Winter gescheit auftrainiert. Und da ist eben das Zombie so ein Produkt dieser harten Arbeit da, eben vom Sepp Geschwendner. Und der hat das geklettert und hat es glaube ich damals auch erst mal mit 10 Minus bewertet sogar. Die Idee für dieses Zombie-Direkt hat er der Jürgen Kaufhold gehabt, und zwar war das auch einer aus München und der ist dann immer mit der Steigklemme da in der Route drin gehängt. Und der hat da über Jahre hinweg, jede Session war irgendwie dieses Bild, wenn du von unten hochgeschaut hast, Jürgen Kaufhold hängt dem Zombie-Direkt und bouldert da so rum. Eines Tages ist es halt nicht mehr drin gehängt, so. Und kurz danach ist eben dann der Michi Kies da vorbeigekommen und dann hat sich auch gedacht, hey geiles Winterprojekt, schau ich mir mal an und hat das dann da relativ schnell weggeknipst. Der Michi hat auch zu mir gesagt, dass er sich damals nicht als große Plattenkletterei irgendwie bezeichnet hat, sondern er hat gemeint, der hat irgendwie eher so die Griffe alle zugeschraubt, irgendwie mit aller Kraft, was ging, aber ich glaube, er hat eher tief gestampelt. So im ersten Moment weiß wirklich, dass da gar nichts ist, aber es ist dann doch irgendwie genug da. Und das, was eigentlich das Zombie direkt so ausmacht, ist dieser abgefahrene Bewegungsboulder, der ein bisschen Fingerkraft fordert, aber vor allem eigentlich so Bewegungsgefühl, wie ich es eigentlich noch nie, kaum in einer anderen Tour gehabt habe, dass so sehr auf diese millimetergenaue Positionierung von den Füßen oder von den Fingern drauf ankommt. Also für diesen einen Zug habe ich ewig gebraucht, bis ich den mal hingekriegt habe. Also letztes Jahr im Dezember war ich schon richtig knapp immer dran bei den Ghosts und bin immer wieder da rausgekommen. Und das Problem war dann, dass bei meinem Jura, das ist irgendwie der einzige Schuh, der funktioniert, da hat sich durch diesen einen Tritt an der Schlüsselstelle, weil ich den so oft gestiegen bin und weil der so klein ist, hat sich der halt immer mehr ausgehöhlt. Da ist immer so ein bisschen mehr Loch entstanden im Glätterschuh. Und irgendwann habe ich da nicht mehr stehen können auf dem Tritt, weil einfach das Loch zu groß war. Das war dann auch heuer so das Entscheidende, weil irgendwann hat es mich so aufgeregt, dass ich da nicht mehr stehen kann auf dem Tritt. Da habe ich gesagt, jetzt kaufe ich mir einen neuen Schuh. Und dann bin ich eigentlich noch mit dem Niegelnagel neuer Schuh, den war ich noch gar nicht gescheit eingeklettert, bei dem ist es dann aber gleich gegangen. Mit der Schlüsselstelle Zuhause Dusche Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020